Herzlich Willkommen zurück zu der Let's Play ARK weiterhin mit dir. Dinosaurier Herpes, Alter. Wer hat von euch schon mal Dinosaurier Herpes gehabt? Einmal bitte melden. Bleibt es jetzt in den Kommentaren. Ab damit in die Kommentare. Dinosaurier Herpes, Alter. Leck mich an den Füßen. Guck mir mal einen Vogel nicht mal ran. War fein, Junge? Wo hast du das ganze Holz gelassen? Ja, ich stelle Sachen nicht. Also 27, 28 Dinger hast du schon hergestellt. Ey, 75 eigentlich. Ja, ja, aber 28 sind da unten noch drinne jetzt. Fertig. Wie voll heftig, ne? Boss einfach irgendwelche Decken und schon einfach alles leer. Ja, stimmt. Da ist schon wieder was drin. Guck mal, guck mal. Ey, 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 ey. Ich habe gesehen, wo du Schauer was reingepackt hast. Ja. So lange seitdem wir uns gestalten, muss ich sagen. Richtig, ich gehe jetzt auch gleich mal gucken, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und dann möchte ich gerne nochmal... Ich bin überlegen, ob ich nochmal ganz schnell zum Biberdamm fliege. Weiß, dass es vielleicht bis zum nächsten Mal resettet, wenn ich nochmal Zement hole. Verstehst du das Prinzip, was ich meine? Sollen wir nächstes Mal kommen, dass es dann wieder resettet ist? Oh. Wow. Okay. Okay. Machst du denn noch, äh, irgendwelche, irgendwelche Sachen dahinter, dass wir da ganz hinstellen können, oder? Kann ich oben so ein paar Tümpchen draufbauen oder sowas. Ja, würde ich sagen. Oder findest du voll scheiße? Ja, aber weißt du, was geil wäre? Jetzt mal ohne Flax kriegst du irgendwo diese große Wand hin, dass wir, äh, dieses Windrad da ranbauen können. Oder willst du das an die, an die Burg? Sieht das ja auch voll scheiße aus. Ja, guck mal, vielleicht kriege ich ja das hier irgendwie in der Ecke. Guck mal, hier. Ja, oder nach vorne, ne, nach vorne geht nicht, ne? Weil hier so einen fetten Turm da rumbauen. Ja, und da, genau. Muss, glaub ich, erst mal gucken, generell, wie das mit dem Strom läuft, weißt du? Ja, aber dieses Riesen... Weil da gibt's irgendwie keine Kabelfürgeräte oder so. Genau. Ich denke, dass in dem, in dem Umkreis, äh, dann Strom ist. Ich könnte mir das echt gut vorstellen, dass das so ist, ja. Ja, natürlich, klar. Vielleicht musst du dann noch irgendwas anschließen, weißt du? Einen Generator oder so, und dann ist die Sache gegessen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Oh, lässt das wieder so durchschimmern? Oh, ja. Oh. Oh, ja, oh, ja, 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 ja. Darauf sag ich erst mal. Warte. Ah, musste sein, Junge. Dat musste sein. So, Leute, wir düsen dann mal ganz schnell nach hinten und gucken mal, ob wir noch ein bisschen, äh, Perlen und sowas finden. Die wir mal gerade abdüsen, muss Jan jetzt gerade mal ein bisschen für sich alleine klarkommen. Äh, Katastrophäe, äh, ich war tot. Alter, bin ich am... Ist bei dir auch so heftig? Ja, in der Tat. Ist aber letztendlich... Ich gucke keine Faser für heute. Dann müssen wir durch, Jan. Echt? Ja. Dann haben wir es geschafft für heute. Hat der irgendwas bei ARC gemacht, dass man... Also, ich glaube, seit letzter Woche benutze ich viel weniger V-Ramm als früher. Viel weniger, ein bisschen. Oder du hast Gravi runtergestellt. Und wieder, dass das von alleine gegangen ist? Oh, oder so. Ich sehe keinen Unterschied, passt schon. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße sind hier los, Alter. Eins, zwei, drei. Oh, Langhals-Party hier. Vier. Fünf. Sechs. Sie, ne, das ist eine Brücke. Da hinten, acht. Da hinten, neun. Neun, Langhälse auf einer Fläche. Wollen wir den bei der Burg, oder so? Ja. Schon ziemlich schlecht. Das ist irgendwie wie Spawn-Bonus, plus 3000%. Also, ich habe die einen da ja hingelockt, wo ich ja die angegriffen habe. Wo wir beide da gekämpft haben. Drücken wir es mal lieber so aus. Wo du ja gestorben bist. Ach ja, wegen Disco. Ja. So, unten. Ein T-Rex, oder ist das ein Gigant? Ein T-Rex. Boah, sieht der geil aus. Alter. Feuerrot ist der, Jan. Was? Hier unten im Sumpftümpel, ne? Oh, den müssen wir uns merken, Alter. Oh, der ist fett, Alter. Mmh. Knallrotes Gummiboot. Ja, so ein Gummiboot hätte ich auch gern. Wenn du so einen hast, Junge, als Gumm... Boah. Hallo, Trump. Möchten Sie die Steuern wirklich erhöhen? Njam, 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 njam. Nein, 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 sagt er. Nein, nein, nein. Na, der sagt dann, Junge, ich komme mit der Tummbombe. Ah, spielvoll. Meine Wasserflasche, die ich mir gerade geholt habe, die ist schon wieder lauwarm, Alter. Lauwarm. Ja. Okay. What the fuck? Es ist aber auch wirklich schick. Ja. So, was haben wir denn hier? Zement. Zement. Ich könnte das ganze Holz hier auch mitnehmen, aber mache ich nicht. Das kann ich alles durchtragen. Weißt du, was hier drin ist? Mal die Gänsebüte oder so. Zack. Haben wir. Bauen wir mal noch ein. Ich habe immer Panik, Leute, dass ich dazwischen falle, weil das ist mir früher schon öfters mal passiert. So. Das kann nämlich Rucki-Zuck passieren. Jetzt stellen wir uns so hin. Nicht. Nein. Oh. Okay, Inventar öffnen. Zement. Oha, der hat mich getroffen. Nein. Hurensohn. Wir stören. Oh, oh. Hallo, Vogel. Könntest du abheben und zu mir kommen? Vogel. Vogel. Der Vogel kommt nicht zu mir. Ich werde sterben. Wo ist Vogel? Vogel? Jawohl, ich bin auch Vogel. Miau. Miau. Ha. Wichser. Okay. Tschüss. War schon lustig. Dann kriegst du aufs Maul, Junge. Und wenn du weg bist, Junge, schreist du aus meinem Hintergrund. Ja, ja. Weg, klar. Pisser, Junge. Mach dich fertig. Mach dich fertig. Du, 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 du weg, weißt du. Ja. Mach dich fertig. Mach dich fertig. So, was haben wir denn hier noch? Äh, jetzt. holz ja ich kann gerade nicht das ist jetzt wirklich bitte morgen früh holz bitte ich weiterbauen holz bitte wenn ich den jetzt öffnen dann geht hier die post abläuter 1 2 und tschüss dann nehmen wir uns den bieber dann hier noch vor okay der geht nicht weder geht echt nicht ich bin gefangen im bieberdamm okay jetzt werde ich sterben nimm doch das scheiß schwert in der hand okay jetzt gehe ich auf ich werde sterben ja tot okay oh man okay ich hoffe dass der adler nicht angegriffen wird okay we spawn we spawn we spawn we spawn okay ja okay okay komm 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 ganze problem ist dass ich noch nicht weiß wie ich dann an meine sachen kommen soll ja weil die unten in dem bieberdamm drin liegen ja ich fliege mal mit dem petri ausdauer dankeschön gast juhu loopings scheiße aber eigentlich ist meine aggro ja resettet richtig das würde bedeuten wenn ich hinfliege und nicht den bieberdamm anklicke sondern mich selber dann sollte ich eigentlich meine sachen wieder bekommen richtig hoffen wir wissen tun wir es auch nicht oder tue ich zumindest nicht ah ich weiß hier letzte folge noch mal richtig stress junge ich habe probleme am an der kohle ich wollte doch nur mich noch mal entspannen oh da oben ist ein lkw hallo du bist was meiner aber so toll sind die auch nicht mehr leute die lkws wo bemerkt weil sie ja von dem extrem das tempo ja zurückgedreht hat das sind jetzt wirklich lkws richtig ist das jetzt mein mein weil da wo ist mein todesstahl da ist mein todesstahl ausdauer danke das klingt unbedingt nach draußen ein paar stunden ein paar minuten und erstmal ganz frische luft in meine lunge kriegen kannst du mich verstehen ich verstehe okay wie mache ich das okay lande hier den petri gibt es irgendwelche tiere die mich hier angreifen ich sehe keine so dann gehe ich jetzt ganz langsam in den bieberdamm ich nehme jetzt einfach in den bieberdamm okay hallo freunde wie gehts euch könntet ihr vielleicht von meiner äh von meiner leiche weg gehen das wäre schon sehr hilfreich ähm ich hab ein problem jan sie sitzen auf meiner leiche hause weg ich bumse grad den ein bieber in seinem popoloch freundlich alter lass mich doch an meine leiche bitte wer setzt sich wirklich auf meine leiche dieser arsch mit ohren das ist jetzt kein scheißchen okay alter du bist schon so ein richtiges arsch he boy ich darf nur nicht den bieberdamm andrücken weil wenn ich den andrücke dann ist action dann ist action immer hier dann genau da kann ich mich auch nicht durch warte Wie mache ich das? Eigentlich müsste Jan hierher kommen, an irgendeinen Biberdamm gehen, dann würden die sich ja verpissen. Mein Vogel hat gerade geschissen. Mir auf den Kopf. Du kleiner Pisser. Großartig. Alter, verpiss dich doch, Biber. Ich schieb dir gleich von Dumbo den Rüssel hinten rein, Junge. Versuch mich jetzt da hin zu backen, irgendwie. Nicht hier drücken, Kevin. Komm mal nicht hoch. Alter, hör doch mal auf, immer dagegen zu laufen. Bitte, geh doch an die Seite. Bitte. Du kriegst von mir auch lecker Holz, Eichenholz, Junge. Aus Germany. Aus Germany bekommst so ein Stück Eichenholz. Was willst du davon? Nichts. Okay, Arschloch. Ich habe wieder so einen Tortel, der irgendwelche Bären klaut, Alter. Nein, ich habe meinen Teil aufgemacht. Verpiss dich! Oh, nee. Oh, Jan, jetzt brauche ich dein Vogel. Jetzt stehen drei Vögel, schon zwei Vögel da. Schon gut, ne? Ja, muss das aber klappen. Ja, wenn ich an meine fucking Leiche komme, aber da sollte ich auch einfach meine Leiche ignorieren. Hm? Ja, zu scheiß, Klaufe, Alter. Also, wenn das jetzt nicht funktioniert, was machen wir dann? Du hast erst mal die zwei Vögel zurückführt da hin und machst du erst mal. Richtig, genau. Und deswegen sagen wir erst mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann müssen wir halt nochmal eine Folge machen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.